zu einem neuen Call of Duty Black Ops 4 Video hier auf meinem Kanal und zwar wir zocken jetzt noch in der Herrschaft mit dem Battery, wir haben die rote Tarnung, wir haben das Nivea Visier was ganz geil ist und eigentlich wollte ich euch den Spot zeigen aber das ist jetzt nicht die Map wo ich euch den Spot zeigen kann, weil das ist echt ein genialer Spot, die werde ich euch aber dann versuchen im nächsten Video zu zeigen, der Spot lohnt sich echt, ihr kriegt dadurch ungelogen eure ganzen Serien voll, also eure ganzen Streaks und ihr levelt auch noch schön, echt ein geiler Spot und zwar ist das Spot auf der Map Firing Range, also das lohnt sich echt, wie schon Halbzeit, was soll denn der Scheiß, ey das hasse ich an diesen Call of Duty Spielen auch immer ne, dass man in so abgewichsten halben Partien landet und wenn du Pecher sei, dann wirst du beim Spawn gleich auch gekillt und hast gleich ne Minus-KW durch den Scheiß Hä? Der hat da grad meinen Namen angezeigt, aber ich wurde überhaupt gar nicht gekillt Ja dann machen wir die Runde jetzt noch zu Ende und dann weiß das mit dem Video, das Telefon nervt ja auch gerade rum Hier ist übrigens auch ein geiler Spot, hätte ich fast vergessen, hier könnt ihr die Leute auch super mit Weitschüssen und Headshots wegholen Genauso wie ein Firing Range, also das lohnt sich hier echt Nur das Aim muss passen, seht ihr, einen haben wir schon mal weggeholt Scheiße Alter, richtig schweigenhaft gerade Komm Oh Ach shit Na hab ich dich richtig erwischt Wir haben B verloben Na gut ich muss auch sagen, das ist jetzt die Aufnahme auch ohne warmen Zocken und alles Jaja Sind die krass oder was? Ja, klar, ihr Pisser. Nehmen wir zu dritt, als ob die nichts Besseres zu tun haben. Na gut, das ist ja auch Herrschaft, aber der Punkt ist schon eingenommen eigentlich vom Feind. Deswegen verstehe ich nicht, was die da rumgammeln. Seht ihr, Weitschuss Nummer 1. Alter, das ist unfassbar, wie ihr die Leute da wegholen könnt. Normalerweise schaffe ich es im Schnitt, alle 5 da wegzuholen. Das ist echt easy geil, Alter. Ein perfekter Spot für LMG-Schützen und Sniper-Schützen. Also checkt das mal ab, das nutzt sich echt, um wirklich schnell zu leveln. Dann könnt ihr auch noch dabei aufnehmen. Ja, ihr wichst nöten, Alter. Euch hole ich da jetzt weg, Mann. Schön alles versaut. Und wenn ihr wirklich alle 5 da weg holt, dann habt ihr euch das Glück und könnt eure Streaks vollballern, indem ihr dann noch zusätzlich noch einen einnimmt. So, wieder einer weg. Wieder einer weg. Noch einer weg. Ach, verdammt. Weil ich mich jetzt auf den einen Spaß wieder konzentriert habe. Aber ihr habt gesehen, ratzefatz habt ihr die erste Streak dadurch erreicht, Alter. Das lohnt sich echt. Ach, verdammte Runde. Von da oben könnt ihr natürlich auch schießen. Ich weiß nicht, mir liegt das nicht so. Zeig euch das Ganze nochmal. Aber das ist echt easy und macht richtig Bock, Alter. Ja, du Hund, Alter. Da ist eine hässliche Barriere da aufgestellt, aber egal. Hey, du Pisser, Alter. Hat er mir den Kill geklaut? Ich war eigentlich voll drauf auf den Typen. So, davon haben wir uns den Kopfschuss abgeholt. Den haben wir uns auch geholt. Nein, Mann, der Abschuss hätte gefehlt, Alter. Dann hätte ich wenigstens die Fernlängeladung schon mal gehabt. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Hot echt. Also, ich finde den richtig nice. Keine zweite Gelegenheit. Jetzt heißt es alles und reicht. Da brauchst du dich gar nicht verstecken, Freundchen. Ich weiß doch, dass du da rumgammelst. Ja, ihr Lackaffen. Oh, egal. Ja, jetzt habt ihr den Spot-Winning schon mal gesehen. Echt nice. Alter, und wir haben 15.10 durch den Spot gespielt. Also, das lohnt sich echt. Ja, gut, es könnte ein bisschen Campen sein. Ist meiner Meinung nach, aber nicht. Weil, da müsste man ja vom Scharfschützen auch ausgehen, wenn er dann da rumsteht und snipet, dass er halt nur Campen. Ich werde noch versuchen, noch zwei andere Shots für euch rauszufinden. Aber wenn das Video euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ich freue mich sehr über euren Support, über eure Unterstützung. Lasst einen Daumen nach oben da. Kostenlos abonnieren, Blog aktivieren, um kein Content mehr zu verpassen. Wir sehen uns. Haut rein. Yeah. Und gleich mit Outfit-Bundle freigespielt. Sehr nice. Tod-Thema. Perfekt. Das haben wir übrigens auch bei den Battery hier an. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.